Wir sind in Bielefeld, die Stadt, die es angeblich gar nicht gibt. Aber wir sind Magier, wir schaffen das auch, unsichtbare Städte zu finden. Ja, wir sind aufgewacht, haben so einen Nightliner und kamen direkt vor unser Haustür Fitness, Sauna und Wellness-Pavadies. So, jetzt geht es noch nackig ins Dampfbad, weil wir mit. Es geht! Ich bin in Merchmania gefangen gerade. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich finde, wo es Benge ist. Keine Ahnung, wo der Benge ist. Hast du Benge gesehen? Machen! Wo hast du mittlerweile aufgetaucht? Nein. Wo ist denn der Barsche? Wo ist denn der Barsche? Wo warst du? Ist das jetzt ein Feuer oder was? Nein, ich habe dich gesucht, überhaupt. Da, 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 da telefonieren. Dann übergeben wir dir jetzt die Kamera wieder. Wunderschön! So, der Green strickt und näht. Ich nähe ein bisschen, das ist mein Hobby, meine Freunde. Das ist mein Hobby. Hier mache ich hier gerade einen wunderschönen, ja, wie soll ich sagen, da stülpe ich über meinen Penis und dann bleibt er schön warm. Das ist glaube ich cool. Ja, ist gut, ist gut. Das ist top, Bonsche, das nehmen wir, das ist krass, schau mal hin. Das ist top. Top Armin hat er gemacht, der Demo. Bam, er fliegt 100 Meter weit. Hör auf, Grinch seine Texte zu rappen. Ich bin aber Fan von ihm. Ja, das habe ich wie ein Superheld gestaltet. Das reimt sich auf Anti-Held, ich habe ganz viel Geld. Wie du mein Schwanz hier hält. Das habe ich wie ein Superhelden-Ding gestaltet, wie ein Superhelden-Comic. Hammer. Grinchel wird Arthur Rewak seine Eichel vielleicht streicheln, weil das Design so schön ist. Das muss aber genauso groß sein. Ja, ja, ich muss ein bisschen schmäler machen, gell? Bisschen schmäler. Sehr gut, Matty. Jawohl. Und da weg. Der Rave mit Style. Der Rave mit Style. Jawohl, Alter. Sex, Drugs, Rave. Tada! Mein Traum, Rot, Gras, Grün, Zinnig, Gelb, Lunge, Schwarz. Hab den ganzen Tag rumgeharzt, bis ich Hunger hab. Fress, färts, fisch, schladen. Ich hab Bock aufs Hisskram. Lass mal was bestellen, oder hast du was im Kühlschrank? Mäßiges Kuschel, aber nicht so nen Stoss. Lass dich weinen, vergiss deinen Frost. Wir stoßen an, mit Zitronenwasser. Würden wir viel Vitamine zu uns aufnehmen. Prost. Das Vitamin sei mit uns. Ich lauf gelassen mit meinem Prügel durch die Nachbarschaft. Nach ein paar Sekunden ist ein Jüngling auch schon abgekratzt. Er hatte mich angeschaut, das hatte mich... Tetrahydrocannabinol. Dreh ne Tüte, trotz Ganja-Babot. CAC und CBD. Ich liebe dich wirklich, oh mein Gott! Tetrahydrocannabinol. Dreh ne Tüte, trotz Ganja-Babot. CAC und CBD. Nichts mehr real, alles Animation. Eins mal ragt, macht grad die Runde. Witz dich wieder dran, wenn nur noch ein Sturm...